Nachdem wir uns vor einigen Monaten den AG C4 und den AG G4 sehr genau angeschaut haben, bleibt uns für dieses Jahr nur noch ein OLED-TV-Modell des genannten Herstellers, der AG B4. Das Modell für die Einsteigerklasse und somit auch der technisch kleinste OLED-TV aus dem Hause AGs. Für mich ist besonders interessant, wie sich der B4 im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem B3, schlägt. Denn dieser war letztes Jahr, naja nennen wir es mal, eine mittelschwere Enttäuschung in meinem Test. Um dies herauszufinden, habe ich nun für euch den AG B4 OLED-TV organisiert, um diesen hier auf meinem Kanal für ein ausführliches Review-Video zu testen. Bevor dieses Review-Video in ein paar Wochen erscheint, würde ich sagen, schauen wir uns den B4 in diesem Video mal aus der Sicht der Verarbeitungsqualität an. Also auch, und das ist ganz logisch, werfen wir natürlich einen ersten Blick auf die Leistungsfähigkeit in Form der HDR-Spitznerlichkeit und Farbqualität, sodass wir uns einen ersten Eindruck vermitteln können. Ich würde sagen, wenn euch das gefällt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, lehnt euch zurück und ich lege los. Falls einige Zuschauer gedacht haben, dass ich nach dem Sony Bravia 8 XR80 als nächstes den Philips OLED 909 teste, so lag dir damit gar nicht mal so falsch. Das war auch so geplant. Nur habe ich das deutsche Modell des B4, den B49LA, für günstige 1000 Euro im Angebot schnappen können und somit habe ich recht kurzfristig den B4 dazwischen geschoben. Ich denke, das könnt ihr, da ich alles selbst finanziere, vollkommen nachvollziehen. Den OLED 909 testen wir aber auch noch, keine Sorge. Der B4 stellt den dritten und somit letzten OLED-TV für das Jahr 2024 aus dem Hause AG-Star. Genauso wie die Jahre zuvor bekommt ihr auch dieses Jahr die B-Reihe weiterhin in den Größen 55 bis 77 Zoll. Anders als die Vorgänge hat der B4 ein komplettes Redesign erhalten und kommt nun in einem moderneren Design daher, als auch nun mit vier HDMI 2.1a-Ports statt nur zwei wie bisher. Okay, ich würde sagen, schauen wir uns nun den B4, mal in Sachen Verarbeitungsqualität, genauer an. Beginnen wir dafür mit der Vorderseite. Wenn wir uns den B4 so von vorne anschauen, bekommen wir das bereits erwähnte neue Design zu Gesicht, welches sich grundlegend vom B3 unterscheidet. Nunmehr kommt der B4 wesentlich minimalistischer rüber, da ihm der große Standfuß mittig fehlt. Dieser ist nun zwei kleineren Füßen an den Außenseiten gewichen. So rein subjektiv muss ich da sagen, dass mir dies jetzt weniger gefällt. Zwar bin ich ein Fan davon, wenn ein TV so minimalistisch wie möglich aussieht, aber beim B4 passt das nicht so ganz ins Bild. Vielleicht liegt es auch an der Position der Füße und das in Kombination mit der Ausbuchtung der Status-LED mittig unterhalb des TVs. Gut, das ist aber eine reine subjektive Sache von mir und Optik ist ja bekanntlich Geschmackssache. Jedenfalls an sich macht der B4 so rein von weiter hinten betrachtet eine sehr gute Figur, so wie wir es von AG gewohnt sind. Wenn wir uns den B4 nun weiter näher anschauen, dann stellen wir sehr schnell fest, dass es sich hierbei um das Budgetmodell handelt. Das will ich gar nicht speziell auf die Preisklasse beziehen, sondern eher auf AGs Verarbeitungspolitik. Denn wenn wir uns an den C4 und G4 oder auch an den AG B3 aus dem letzten Jahr erinnern, so kommt die Verarbeitung des B4s da nicht unbedingt heran. Der Metallrahmen ist nun einem Kunststoffrahmen gewichen, welcher schon ab Werk, zumindest bei meinem Testmodell, mit Abschürfungen und Kratzern sowie ungleichmäßiger Lackierung zu kämpfen hat. Zwei ist dies nur bei näherer Betrachtung zu sehen, dennoch kann hier deutlich erkannt werden, dass der B4 sehr viele Kompromisse in Sachen Verarbeitungsqualität eingehen muss, vor allem im Vergleich zum C4, welcher sich hier auf einem ganz anderen Niveau bewegt. Der B4 wirkt dagegen schon fast billig. Ansonsten ist die Panelainfassung aber AG-typisch, sehr gut und es ist soweit alles akkurat verbaut und der TV macht auch einen grundsoliden Eindruck. Er fühlt sich auch beim Behörungen keinesfalls minderwertig an. Er dunstet auch im Vergleich zum B3 keinen intensiv riechenden Elektronikduft aus, was wohl auf eine bessere interne Verarbeitung rückschließen lässt. Bevor es weitergeht, möchte ich kurz ein bis zwei Worte zum Panel verlieren. Während der B3 letztes Jahr noch mit einem WBE-Panel oder auch bekannt als Evo-Panel aus 2021 daherkam und dies mich mehr als schockiert hatte, setzt der B4 nun auch auf das moderne OLED-EX-Panel aus dem Jahr 2022, dem kleinsten OLED-Panel aus der Mache von AG-Display. Ähnlich wie auch der Samsung S85D, der Sony Bravia 8XR80 als auch AG-C4. Wobei der C4 hier im Vergleich zum B4 auf dem Brightness-Booster-Algorithmus zurückgreifen kann, als auch 144 Hz bietet. Das weist der B4 nicht auf, aber immer noch sehr gute 120 Hz. Wie sich das leistungstechnisch auswirkt, wird dann mein Test genau offenbaren können. Jedenfalls bietet der B4 dank dem OLED-EX-Panel eine sehr effiziente Panel-Ausstattung und somit eine sehr robuste OLED-Technik. Auf jeden Fall, wenn wir uns die Verarbeitungsqualität des B4 so rein auf die Front bezogen anschauen, ist er soweit grundsolide. Auch wenn mich der Gehäuserahmen etwas ernüchternd zurücklässt und der AG hier deutliche Abstriche macht, was die Verarbeitungsqualität angeht, in Bezug auf den Vorgänger als auch auf den größeren Bruder. Werfen wir nun einen Blick auf die Rückseite. Nun, da der B4 jetzt auf ein neues Design setzt, bekommen wir natürlich eine Grund auf neue Optik zu sehen, welche hier sehr stark an das neue Design erinnert, welches AG ab dem C2 im Jahr 2022 eingeführt hat. So hat nun auch der B4 die Kohlefaser-Panel-Rückwand erhalten, was ihn erstmal wertiger wirken lässt, als auch deutlich leichter macht. Ja, leichter. So rein vom Gewicht her ist der B4 schon ein Fliegengewicht. Des Weiteren können wir dann den bekannten Kunststoff-Korpus entdecken, in dem sich die gesamte Technik verbirgt. Vom Logic-Board bis zum Netzteilen. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Einzige, was mich wieder etwas stört, ist die Tatsache, dass ein Teil der Anschlüsse nach hinten rausgehen. Vor allem zwei HDMI-Ports als auch der LAN-Anschluss, für die Wandmontage leider recht suboptimal. Wenn wir uns nun die Rückseite näher anschauen, gibt es hier, rein von der Verarbeitung her, wenig zu meckern und für die Preisklasse mehr als erhaben. Ich sehe den B4 hier auf dem Niveau eines C2 oder C3, nur halt ohne Metallrahmen. Das Design macht echt was her und auch rein von der Haptik her fühlt sich der B4 rückseitig wirklich sehr gut an. Leglich der Kunststoff-Korpus wirkt im Vergleich etwas minderwertig, zwar grundsolide und nicht hohl, aber schon optisch schlechter als die Panel-Rückwand. Aber dies ist beim C4 exakt genauso. Jedenfalls zeigt der B4, dass im günstigen Preissegment eine vernünftige Rückseite möglich sein kann. Schauen wir uns nun kurz die Standfüße an. Diese sind entgegen dem Standfuß des B3s aus vollem Metall gefertigt und fühlen sich somit sehr wertig an. Sie können auch sehr leicht mit den zwei etwas längeren Schrauben montiert werden und sitzen absolut fest. Sehr gut. Schade finde ich nur, dass sie lediglich an einer Position montiert werden können und sich der TV auch nicht in der Höhe variieren lässt. Etwas ernüchternd vor dem Hintergrund sollte eine größere Soundbar oder ein größerer Center-Lautsprecher zum Einsatz kommen. Machen wir weiter mit den Anschlüssen. Bevor wir zum I.O.-Bereich kommen, muss ich ein bis zwei Worte zum verbauten Stromkabel verlieren. Auch beim AG B4 wird das Stromkabel fest verbaut. Warum auch immer. Jedenfalls, wenn ihr den B4 an die Wand hängen wollt, solltet ihr eine Verlängerung für die Stromzufuhr mit einplanen. Das verbaute Kabel ist nämlich recht kurz und ich kann mir vorstellen, dass dies hinderlich sein kann. Neben dem Stromkabel samt klassischen Eurostecker gibt es natürlich noch die Sektion für die Eingangssignale. Und die schauen wir uns nun im Detail an. Angefangen an der Seite von oben nach unten sehen wir den Schacht für das CI-Kartenmodul, wo ihr eure Karte einlegen könnt zum Entschlüsseln von TV-Signalen. Darunter sehen wir dann einen USB 2.0-Anschluss mit einer maximalen Übertragungsrate von 450 Megabit pro Sekunde. Zum Betreiben von USB-Sticks, um zum Beispiel Mediendateien abzuspielen. Das Anschließen einer klassischen 2,5-Zoll-Festplatte kann unter Umständen nicht funktionieren, da die Stromleistung des Anschlusses schnell überschritten sein kann. Weiter geht es nun mit den darunterliegenden HDMI-Anschlüssen. In dem Fall HDMI 1 und 2. Beide Ports bieten hier den vollen Support für HDMI 2.1a und das mit 48 Gigabit pro Sekunde. Unterhalb von HDMI 1 und 2 bietet der B4 hier noch die Anschlüsse des Single-Tuners. In diesem Fall für SAT als auch terroristisch bzw. Kabel-TV. Schauen wir uns nun die rückseitigen Anschlüsse an und dort bewegen wir uns von oben nach unten. Angefangen mit den weiteren HDMI-Ports, in dem Fall HDMI 3 und 4, welche ebenfalls, und das ist neu beim B4, im Vergleich zum B3 die Vollunterstützung für HDMI 2.1a bieten und das auch mit 48 Gigabit pro Sekunde. Darunter sehen wir dann einen weiteren USB-Anschluss, welcher erneut mit USB 2.0 daherkommt und dementsprechend limitiert ist, wie der seitliche USB-Anschluss. Links unterhalb des USB-Anschlusses sehen wir dann den obligatorischen TOS-Link-Anschluss, woran ihr ein Soundsystem optisch anschließen könnt, darüber Audioformate wie PCM 2.0, Dolby Digital bis 5.1 als auch natürlich DTS bis 5.1 übertragen könnt. Ja und zu guter Letzt sehen wir dann noch einen Ethernet LAN-Port, womit ihr den TV mit eurem heimischen Netzwerk und somit mit dem Internet verbinden könnt. Integriertes WLAN bietet der B4 natürlich auch. Okay, das dazu. Machen wir nun weiter mit meinen ersten Messdaten. Bevor wir damit starten, kurz der wichtige Hinweis. Bei den folgenden Messdaten handelt es sich um sehr frühe Messwerte, die ich gesammelt habe, kurz nachdem ich den TV erstmalig in Betrieb genommen habe. Bedeutet, dass diese noch nicht die Aussagekraft haben, als jene, die ich später im großen Review-Video präsentieren werde, da der TV noch keine Einspielzeit hatte und somit noch nicht die Chance hatte, sein volles Potenzial zu entwickeln. Dementsprechend dienen diese Messwerte nur für einen groben ersten Eindruck, um zu schauen, wo die Reise ungefähr hingeht. Alles klar, dann würde ich sagen, steigen wir ein. Beginnen wir mit der HDR-Spitzenlichtleistung. Gemessen habe ich diese im Filmmaker-Mode und diesen nach Norm eingestellt, forciert auf die Farbtemperatur von 6500 Kelvin, sowohl im Testbild- als auch im Realbild-Szenario. In einem 1%-Testfenster lieferte B4 eine HDR-Spitznelligkeit von knapp 660 Nits. Nun, entgegen meiner Hoffnung, arbeitete B4 hier exakt auf dem unterdurchschnittlichen Niveau seines Vorgängers und somit auf dem Level eines Samsung S85D oder Sony A80L. Und damit weiterhin unterhalb der Leistung eines AGC1 aus 2021. Insgeheim habe ich es zwar schon geahnt, aber nun ja, leider ernüchternd. Wenn wir uns dann das 10%-Fenster anschauen, bestätigt sich das Ganze. Hier liefert der B4 eine HDR-Spitznelligkeit von knapp 630 Nits und somit natürlich auf einem absoluten Low-End-Level. Zwar immer noch gut oberhalb der 540-Nit-Vorgabe der UHD-Alliance und somit theoretisch voll HDR-tauglich. Nur wenn ich bedenke, dass es einen AGC3 momentan für den gleichen Preis gibt und der 30% mehr Lichtperformance bietet, dann sind 630 Nits einfach nur schlecht. Bevor wir zu meiner ersten Real-Bildmessung kommen, schauen wir uns kurz eine 10%-Fenstermessung des Lebhaft-Modus an, dem maximalen Kaltweiß-Bildmodus. Und hier können wir sehen, dass AG wohl das OLED-EX-Panel softwareseitig limitiert. In der Regel erreichen OLED-TVs in dem genannten Bildmodus deutlich mehr Lichtleistung als im akkuraten Bildmodus nach D65. Auch hier sehen wir, dass der B4 mit knapp 650 Nits völlig untermotorisiert erscheint. Okay, das dazu. Nun geht es weiter mit meiner Real-Bildmessung und hier schafft der B4 eine HDR-Spitznelligkeit von ca. 640 Nits. Das ist etwas, was so gesehen erfreulich ist, da es den Anschein macht, dass der B4 wohl nicht mit einem aggressiven Auto-Brightness-Limiter zu kämpfen hat. Aber auch hier die Bestätigung, pures Low-End und somit auf dem Niveau von 2018. Alles klar, das zur HDR-Lichtleistung. Werfen wir nun einen kurzen Blick auf die Farbqualität. Auch hier möchte ich kurz anmerken, dass ich jene Werte von einem brandneuen TV gesammelt habe, welcher noch keine Einspielzeit hatte. Die nachfolgenden Werte können sich noch deutlich verändern im separaten Review-Video. Okay, gesammelt habe ich die Messwerte im Filmmaker-Mode, diesen wieder nach Norm eingestellt und das Ganze im BT709-Farbraum und im SDR-Betrieb. Wenn wir uns meine erste Messung so anschauen, können wir eine recht akkurate Abstimmung beobachten, zumindest aus der Sicht eines fabrikneuen Panels. Es ist deutlich zu sehen, dass der B4 scheinbar etwas ins Rötliche abdriftet, aber mit knapp 5% mehr als im Vergleich zur Normlinie und das gepaart mit einer leichten Blausteigerung ist noch im Rahmen von gut. Schön ist jedenfalls, dass AG den sonst vorherrschenden Grünstich des OLED-Experiments stark kompensiert, was das Bild zu reinem Erseindruck und das mit dem bloßen Auge nicht zu grünlich erscheinen lässt. Wie sich das Ganze dann realistisch auswirkt, kann ich erst nach der Einspielzeit und somit im großen Review-Video klären. Auf Seiten der genauen Weißdarstellung gemäß D65 ist zu sehen, dass der B4 fast die erforderlichen 6500 Kelvin trifft, auch wenn er mit knapp 6400 Kelvin etwas am Ziel vorbeischießt. Das ist der rötlichen Durchzeichnung geschuldet. Summa summarum scheint der B4 sehr linear abgestimmt zu sein, was grundlegend einen guten ersten Eindruck auf mich macht. Okay, dann würde ich sagen, ist es nun Zeit für ein erstes Fazit. Grundlegend präsentiert uns der B4 hier eine gute Vorstellung, weist aber schon so ein bis zwei markante Probleme auf, welche ich ungern mit der Preisklasse argumentieren möchte. Beginnen wir mit der Verarbeitungsqualität. Diese würde ich als gut bis sehr gut einordnen, als perfekt aber keinesfalls. Vor allem der minderwertigere Kunststoffrahmen, welcher bei mir fabrikneu mit Abschürfungen und Kratzern daherkommt. Das ist etwas, das hat nichts mit der Preisklasse zu tun, sondern einfach mit einer unsauberen Qualitätsprüfung. Anders hier die Rückwand als auch die Standfüße. Die Rückwand entzückt mit einem modernen Design und einer sehr guten Verarbeitung. Letzteres gilt auch für die Standfüße, welche erstmalig für die B-Reihe aus Metall gefertigt sind. In Sachen Bildperformance konnten wir hier im ersten Eindruck feststellen, dass LG in der Einsteigerklasse erneut keine Anstalten macht, die Lichtperformance anzuheben und lässt den B4 trotz modernen OLED X-Panel irgendwo bei 650 Nits herumdümpeln. Schade. Damit bewegt er sich exakt auf dem Niveau des Samsung S85D, welcher hier auch seine Preisklassenkonkurrenz darstellt. Von der Bildabstimmung her überrascht der B4 mich hier, so rein im ersten Eindruck, wieder mit einer guten Werksabstimmung, welche scheinbar sehr akribisch die Grünstichproblematik des OLED X-Panels gekonnt ausspielt. Was ich sehr gut finde. Wie sich das Ganze aber dann nach der Einspielzeit verhält und ob der B4 etwaige versteckte Stärken aufweist, das können wir nur im kommenden Review-Video klären, nach meinem mehrwöchigen Test des AG B4 OLED TVs. Ja und mit diesen Worten sind wir nun am Ende dieses Videos angekommen. Sollte euch das Video gefallen haben, so gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und um das große Review-Video nicht zu verpassen, solltet ihr das kostenlose Abonnieren meines Kanals nicht vergessen, sowie das Aktivieren der Glocke. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt eine schöne Ohlezeit und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut!